Die Geschichte der Sklaverei beginnt, soweit sie in Form von Gesetzestexten, Kaufverträgen und ähnlichem dokumentiert ist. In den frühesten Hochkulturen der Menschheit, das heißt in Mesopotamien, wo sie unter anderem im Babylonischen Kodex Amorabi verankert war. Sklaverei bestand auch in Ägypten und Palästina und ist besonders gut in Griechenland und Rom dokumentiert. Der Umgang mit Sklaven und Sklavinnen wurde auch im Alten Testament eingehend geregelt. Im frühen europäischen Mittelalter handelten unter anderem Chazaren, Warreger und Wikinger mit Sklaven, besonders mit baltischen Sklaven. Für den Zeitraum zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert lässt sich für die Sachsen vom Ostfrankenreich aus Handel mit slawischen Sklaven nachweisen. Nach der zunehmenden Missionierung der slawischen Stämme und dem Siegeszug des Christentums, dessen Lehre es Christen verbot, Andere Christen zu erwerben oder zu verkaufen, verschwand die Sklaverei zwar aus Mitteleuropa, gewann aber umso größere Bedeutung südlich der Alpen. So etwa in den italienischen Seerepubliken, im Schwarzmeerraum, auf dem Balkan und im Nahen Osten, insbesondere in Ägypten. Denn im Mittelmeerraum ergaben sich mit Ausweitung der Handelsbeziehungen neue Möglichkeiten, die auch zu Raub und Piraterie anregten. So boten etwa die Konflikte zwischen christlichen und islamischen Gesellschaften und die daraus wechselseitig Anfallenden Gefangenen oder Entführten, eine ständige Quelle neuer Sklaven für die entsprechenden Märkte. Noch weitere Verbreitung erlangte die Sklaverei in der Neuzeit mit der Ausdehnung des europäischen Seehandels und der Gründung europäischer Kolonien, vor allem auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Dieser war so dünn besiedelt und bot den Kolonisten so wenig geeignete einheimische Arbeitskräfte, dass zum Aufbau der Plantagenökonomien, auf denen die Profitabilität dieser Kolonien jahrhundertelang basieren sollte, Millionen afrikanischer Sklaven importiert wurden. Während die Sklaverei in den europäischen Kulturen am besten dokumentiert ist, bestand sie traditionell auch in vielen außereuropäischen Kulturen, zum Beispiel bei den nordamerikanischen Indianern und in Westafrika. Auch für die arabisch-muslimischen Gesellschaften ist es erwiesen, dass diese trotz der im Koran enthaltenen Heilsversprechen, die an die Freilassung von Sklaven geknüpft sind, über 14 Jahrhunderte hinweg bis in die Gegenwart verschiedene Formen der Versklavung pflegten. Vom ausgehenden 18. Jahrhundert an wurden Sklavenhandel und Sklaverei weltweit allmählich per Gesetz abgeschafft. Internationale Abkommen gegen die Sklaverei wurden unter anderem in den Jahren 1926 und 1956 geschlossen. Als letztes Land der Erde hob Mauretanien 1980 seine bis dahin noch bestehenden Sklavereigesetze auf. Altertum altes Ägypten Im Gegensatz zur weit verbreiteten Auffassung gab es in Ägypten nur wenige Menschen, die Sklaven im engeren Sinn waren. So wurde der Pyramidenbau beispielsweise nicht von Sklaven, sondern von gewöhnlichen Arbeitern geleistet, die für ihre Arbeit entlohnt und in der Gesellschaft so hoch geachtet wurden, dass sie bei ihrem Tod sogar eine Grabstätte in der Nähe der Pyramide bekamen. Alter Orient Der Kodex Amorapi unterscheidet Sklavenrecht von Rechtsbestimmungen für freie Vollbürger, spiegelt also eine Sklavenhaltergesellschaft. So musste jemand, der den Tod eines Sklaven verursachte, dessen Besitzer den seinerzeit gezahlten Kaufpreis erstatten oder einen neuen Sklaven als Ersatz anbieten. Unter Rimsyn von Lasa war Galabu ein eigener Beruf aus der Regierungszeit von Rimanum von Uruk sind 20 Texte über Kriegsgefangene bekannt. Darunter wird ein Haus der Gefangenen mit eigenen Aufsehern erwähnt, das auch in altbabylonischen Texten vorkommt. Diese Gefangenen wurden als Sklaven etwa von Brauern, Webern und Lastträgern eingesetzt. Sie malten offenbar auch Mail für sich selbst, königliche Beamte und Arbeiter des Bitsa Prim. Einige wurden vermutlich freigekauft, wie es der Kodex Hammurabi vorsah. Weibliche Kriegsgefangene wurden oft zu Konkubinen gemacht. In neubabylonischer Zeit mesopotamiensch ist die Existenz von Sklaven nicht durch Gesetzestexte, aber durch Keilschrifturkunden aus zahlreichen Privatarchiven belegt. Sklaven wurden verschenkt, bildeten den Teil einer Mitgift und wurden oft weiter verlieren, um eine Schuld zu begleichen. Sie wurden vielfach schon im Haushalt ihrer Herren geboren, stammten aber größtenteils von verkauften Kriegsgefangenen oder verurteilten Verbrechern ab. Sie wurden gern als Lehrlinge zu Handwerkern gegeben. Dabei konnte der Vertrag Strafen festlegen, wenn der Handwerker sie nicht angemessen ausbildete. Die in der griechisch-römischen Antike später übliche Schuldknechtschaft ist aus dieser Zeit nicht häufig überliefert. Die Freilassung eines Sklaven wurde auf einer Tontafel festgehalten, eisenzeitliches Europa. Nach Taylor sind aus dem eisenzeitlichen Europa fast 50 Sklavenketten bekannt, etwa aus Hegel, Lordsbridge, Cambridge und Linzerichbach. Anglesi Alttestamentliche Zeit Die Israeliten verstanden sich als Nachkommen ehemaliger Zwangsarbeiter, der Hebräer, deren Gott J.H.W.H. den Auszug aus Ägyptens Sklaverei ermöglicht und sie damit zum Volk Gottes für alle Völker erwählt habe. Mit diesem Grunddatum der biblischen Heilsgeschichte begründet die Bibel die Gleichheit aller Menschen vor Gott, die er zu seinem Ebenbild geschaffen habe. Die hebräische Sprache unterscheidet nicht zwischen dem negativ besetzten Wort Sklave und den neutralen Begriffen Knecht bzw. Magd. In beiden Fällen wird der Ausdruck Eved verwendet. Dieser Begriff entstammt derselben Wurzel wie Avuda und bezeichnet eine Person, die im Dienste eines Herrn Sippenpatriarch bzw. König körperliche Arbeit verrichtet. Die Tora fordert nicht die allgemeine Abschaffung der Sklaverei in Israel, aber den Rechtsschutz der Sklaven, die nicht grundlos getötet werden durften. Diese waren unfreie Hausangestellte, die von deren Herrn aber gezüchtigt werden konnten und wie Ehefrauen, wie und Hausrat zum Sippenbesitz gehörten. Sie bildeten, anders als in Ägypten, wo alles bebaubare Land dem König gehörte und von großen Massen Leibeigener bewirtschaftet wurde, keine ökonomisch bedeutende Minderheit, sondern stellten höchstens 10% der ansonsten freien bäuerlichen Landbevölkerung, die meist ebenfalls lebenslange Landarbeit ausübte. Ansätze zu einer von Sklaven abhängigen Latifundienwirtschaft wurden in Israels Prophetie scharf kritisiert und erfolgreich abgewährt. Die Tora gebietet die Beschneidung von Sklaven, das heißt ihre Aufnahme in das Bundesvolk. Sie verbietet allgemein den Raub von Menschen und bedroht diesen mit der Todesstrafe. Wer einen Menschen raubt, gleichgültig, ob er ihn verkauft hat oder ob man ihn noch in seiner Gewalt vorfindet, wird mit dem Tod bestraft. Nach DTN 24,7 EU sollte der Raub eines Israeliten ebenso bestraft werden. Der Sklavenhandel war auf Sklaven aus fremden Völkern und Halbbürger beschränkt. Die Versklavung besiegte als Kriegsgefangene, sofern sie in den Bankkriegen JHWH es nicht sofort getötet werden mussten, wurde wie sonst meist in der Antike als Wohltat anstelle der auch möglichen Tötung dargestellt. Anders als angeheuerte Tagelöhne hatten Sklaven als Teil des Familienhaushalts Anspruch auf Wohnung, Unterhalt, Kranken- und Altersfürsorge. Damit war Sklaverei aus Gewinnstreben weitgehend ausgeschlossen, nicht aber zur sexuellen Lustbefriedigung zwischen Mann und Frau. Einzelgebote, die Sklavenhaltung voraussetzen, gewährten diesen besondere Schutzrechte. So musste ein Sklavenhalter, der seinen Sklaven schlug und der Sklave daran starb, mit Bestrafung rechnen allerdings nicht, wenn der Sklave noch ein oder zwei Tage die Schläge überlebte. In diesem Fall soll den Täter keine Rache treffen. Wer seinem Sklaven eine bleibende Körperverletzung zufügte, musste ihn freilassen, ihn aber nicht für die eingeschränkte Erwerbsfähigkeit entschädigen. Sklavinnen konnten zu sexuellen Diensten gezwungen werden, erlangten dadurch aber den Status einer Ehefrau neben allenfalls weiteren Ehefrauen. Das Gebot der Sabbatruhe wird in DTN 5.14 F.E.U. ausdrücklich auch auf die Knechte und Mägde jedes Israeliten ausgedehnt und erneut mit Israels Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens begründet. Sklaven durften an israelitischen Kultfesten teilnehmen. Geflohen Sklaven durften in Israel, anders als im gesamten Alten Orient, nicht an ihre Herren ausgeliefert werden, sondern mussten im Gegenteil aufgenommen werden. Nach 1 Sam 25,10 30,151 Köhn 2 39 F. wurde diese Bestimmung eingehalten. Die Beachtung dieser Schutzrechte für Sklaven sollte nach der nachexilischen Heilsprophetie ein Zeichen auch für alle übrigen Völker sein. Verschiedene Rechte sollten der Schuld Sklaverei vorbeugen oder diese, wenn sie eintrat, befristen. So wird das Zinsnehmen im ganzen Tanach häufig verboten. Israeliten, die ihren Besitz dennoch durch Verschuldung verloren, sich als Tagelöhner verdingen mussten und dann leicht zu Sklavenbesitzender wurden, sollten im Erlassjahr alle sieben Jahre ihr Erblend zurückerhalten und von allen Schulden vollständig befreit werden. Dieses Bodenrecht sah die regelmäßige Umverteilung des Grundbesitzes vor, damit jeder Israelit dauerhaft sein eigenes Stück Land zum Lebensunterhalt behalten konnte. DTN 15,12-18 EU verankert nicht nur die siebenjährliche Freilassung der israelitischen Sklaven, die sich selbst verkauft hatten, sondern auch eine Mitgift an sie, die ihnen einen eigenen Lebensunterhalt ermöglichte. Nur wenn der Sklave diese ablehnte, erhielt sein Besitzer das lebenslange Recht, ihn zu behalten. In Israel lebende Ausländer stellt die Tora mehrfach ausdrücklich als nächste mit Einheimischen gleich. Dies wurde mit der Vergangenheit der Israeliten in Ägypten begründet. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Deshalb wurde die Versklavung von Ausländern in Israel begrenzt. Zugleich überliefert die Bibel auch Anweisungen, Fremdvölker zu unterwerfen. Dies wird zum Teil als Rache für Vergehen an den Israeliten in der Wüstenzeit vor der Landnahme begründet. So wird von Kanaan als Enkel Noachs Stammvater der im späteren Israel vorher lebenden Kanaanier gesagt, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Dies wird mit einer sexuellen Verfehlung begründet. Männliche Kriegsgefangene durften im Falle einer friedlichen Kapitulation nicht einzeln verkauft, aber als Gruppe zu Frohendiensten herangezogen werden. Kelten nach Diodor konnte ein italischer Kaufmann in Gallien für eine Amphure Wein einen Sklavenjungen eintauschen. Der Sklavenhandel mit Gallien war nach Beendigung des Gallischen Krieges ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Im inselkeltischen Bereich war Sklaverei verbunden mit der Menschenbeute, bei Kriegszügen einerseits und mit der Schuldknechtschaft andererseits. Der Sklave und die Sklavin zählten zum Stand der Verachteten und Freien. Ihre häufige Herkunft aus der Kriegsbeute ist etymologisch zu erkennen. Altirisch-Kacht, Kymerisch-Ziet, Zet-Weijen und Zet-Fetsch sind verwandt mit Lateinisch-Keptus und Germanisch-Sternchenhaft-Az. Alles mit der Bedeutung Gefangener aber auch Sklave. Im Moor von Linserichbach deponierte vermutlich ein Sklavenhändler zwei Sklavenketten mit Halsringen als Weihopfer. Auch an den Fundorten Laatene, Manching und anderen Orts wurden derartige Ketten gefunden. Die Sklavin zählte in der Insel keltischen Rechtsprechung als Währungseinheit, ein Kumal entsprach dem Wert von zehn Kühen. Griechenland Hauptartikel, Sklaverei im antiken Griechenland Die Sklaverei war ein wesentliches Element der Wirtschaft und Gesellschaft des antiken Griechenland. Für die alten Griechen war die Sklaverei eine selbstverständliche, unabdingbare und natürliche Einrichtung, anders ausgedrückt. Die antike Kultur und Gesellschaft beruhen ökonomisch wie politisch auf der Institution der Sklaverei. Nach dieser Auffassung unterschieden sich Sklaven von Tieren nur durch ihre Arbeit. Schon im mykenischen und homerischen Mittelmeerraum war die Sklaverei verbreitet. In den homerischen Eben wurden Sklaven vor allem auf Kriegszügen erbeutet. In der klassischen Zeit wurde der Bedarf an Sklaven auch durch Sklavenhandel mit den barparischen Nachbarvölkern sowie durch Piraterie und Räuberei gedeckt. Zudem galt in Athen bis zur Verfassungsreform des Solon ein System der Schuldsklaverei, wonach Schuldner ihre Schulden als Sklaven abarbeiten musste. Die Anzahl der Sklaven im antiken Griechenland ist schwierig zu schätzen und änderte sich von Epoche zu Epoche stark. Für Athen schwanken die Angaben von durchschnittlich einem bis zu rund 20 Sklaven pro Haushalt. Sklaven wurden für jede Art von Arbeit eingesetzt, angefangen mit der Landwirtschaft, aber auch im Bergbau, Handel und Gewerbe, sowie als Prostituierte beiderlei Geschlechts. Während Land- und Minenarbeiter sowie Dirnen ein meist brutales Leben führten, lebten versklavte Handwerker vor allem in Athen oft recht selbstständig. Sklaven konnten durch Freilassung ihre Freiheit gewinnen, was in der Regel voraussetzte, dass sie sich von ihrem Herrn freikauften. Als Freigelassene hatten sie eingeschränkte Rechte, ähnlich wie niedergelassene Fremde. Neben der Sklaverei im engeren Sinne, also der Eigenschaft das frei verfügbare Eigentum anderer Menschen zu sein, kannte die griechische Antike viele weitere Formen der Unfreiheit, wie etwa die mit Leibeigenen vergleichbaren Penisten in Thessalien, Heloten in Sparta oder Klaroten auf Kreta. Grundsätzlich waren Sklaven nicht rechtsfähig und damit rechtlos, aber anders als später in Rom schützte sie das Recht bis zu einem gewissen Grad vor willkürlicher Tötung oder grober Misshandlung. Die griechischen Philosophen hielten die Sklaverei meist für von Natur aus gerechtfertigt. Nach Aristoteles ist Herr, wer mit Vernunft gesegnet ist, Sklave aber, wer über Körperkraft zum Arbeiten verfügt. Für die Sophisten dagegen war nicht der Rechtsstatus eines Menschen wichtig, sondern ob sein Geist frei war oder nicht. Allerdings stellten sie die gesellschaftliche Realität der Sklaverei nicht in Frage. Die Stoa bereitete einer etwas humaneren Behandlung von Sklaven den Weg, bestritt die Rechtmäßigkeit der Institution der Sklaverei aber ebenfalls nicht. Neutestamentliche Zeit In der Zeit des Neuen Testaments war der Rechtsstatus von Sklaven in der römischen Provinz Palästina nur graduell von anderen Abhängigen, etwa, freigelassenen Dienern, Tagelöhnern und Landarbeitern von Großgrundbesitzern, Pachtbauern und Kolonisierten, verschieden. Sie waren als persönlicher Besitz eines Sklavenhalters ähnlich wie dessen Frauen und Kinder seiner Gewalt über ihr Leben und ihren Tod unterworfen. Sie durften beispielsweise nicht heiraten und keine Nachkommen zeugen. Als Sklaven wurden damals ganz verschiedene Abhängige bezeichnet, etwa Staatsbeamte, Handwerker, Verwalter, selbstständige Händler, Hausdiener, Fildarbeiter und Hirten, Wachleute, Schuldsklaven, Kaisersklaven, die d.h. einflussreiche abgesicherte Hofbeamte. Der Anteil der regelrechten Sklavenarbeiter wird heute auf höchstens ein Drittel der jüdischen Gesamtbevölkerung geschätzt. Sie ersetzten nicht die Arbeit von Tagelöhnern, freien Bauern, Pachtbauern und Handwerkern und wurden nicht für ganz bestimmte Arbeiten herangezogen, sondern leisteten vielfältige befristete Hilfsdienste. Oft führten sie Aufträge aus und überbrachten Botschaften. Sie hatten die Chance zur Freilassung und zum sozialen Aufstieg. In wird sichtbar, dass Haussklaven noch über persönlich freien, aber ungesicherten Lohnarbeitern standen. APG 12,13 EU belegt, dass Christen in Palästina Haussklaven hatten. Die Haustafel in MK10 führte keine Regeln für den Umgang mit ihnen auf. Außerhalb Palästinas wurden Sklaven zusammen mit Freigelassenen und anderen Unterschichtsangehörigen oft getauft und bildeten in christlichen Gemeinden eigene Gruppen. Dass christliche Hausherren dort Sklaven besaßen, zeigen vor allem der Philemon-Briefkoll 4,1 EU, die Pastoralbriefe, der erste Petrusbrief und der erste Clemensbrief. Für das Verhältnis des Urchristentums zur Sklaverei ist die Haltung des Paulus von Tarsus maßgebend geworden. Er erwog die Abschaffung des Sklavenstandes nicht, sondern er mahnte christliche Haussklaven ausdrücklich in ihrem Stand zu bleiben. Er betonte aber auch, dass in Jesus Christus, das heißt in der durch den freiwilligen Machtverzicht und Sklavendienst des Sohnes Gottes erwirkten Versöhnung mit Gott, der Unterschied zwischen Sklaven und Herren keine Rolle mehr spiele und spielen dürfe. Demgemäß verlangte Paulus von dem Christen Philemon, dass er in seinem Sklaven Wonsimus vorrangig den Glaubensbruder und nicht den Sklaven sehen und ihm die gleiche Liebe wie einem Bruder entgegenbringen solle. Ob Paulus die Freilassung des Wonsimus im Philemon-Brief fordert, ist in der gegenwärtigen Forschung umstritten. Rom Hauptartikel Sklaverei im antiken Rom Im Römischen Reich bestand Sklaverei bis ins zweite Jahrhundert vor Christus als Schuldsklaverei. Erst als die Eroberungskriege immer weiteren Umfang annahmen, rückte an ihre Stelle die Versklavung von Kriegsgefangenen. Sklaven wurden in allen Wirtschaftsbereichen, in Haushalten, beim Haus- und Straßenbau, in Manufakturen und Bergwerken sowie in der Landwirtschaft eingesetzt. Gut ausgebildete Sklaven wirkten auch als Hauslehrer oder Ärzte. Sklaverei war nach römischem Recht erblich und Sklaven besaßen keine Rechtsfähigkeit. Sklavenhalter konnten de facto jedoch dulden, dass ihre Sklaven persönliches Eigentum erwarben, anhäuften und sich damit schließlich freikauften. Daneben bestanden verschiedene weitere Möglichkeiten der Freilassung, von denen die Sklavenhalter häufig Gebrauch machten. Freigelassene Sklaven erhielten die vollen Bürgerrechte, blieben ihrem früheren Eigentümer jedoch verpflichtet. Wie schon im antiken Griechenland gab es im Römischen Reich kaum Kritik an der Sklaverei durch Philosophen oder religiöse Gemeinschaften. Die frühen Christen bejahten grundsätzlich die Sklaverei, betonten aber die Gebotene milde gegenüber Versklavten. Die These, die frühen Christen erhielten viel Zulauf aus der Schicht der Sklaven und anderer sozial niedriggestellter, gilt als überholt. Ebenso die These, die Christen der römischen Antike hätten zu sozialen Auseinandersetzungen beigetragen. Stattdessen muss man eine weitestgehende Affirmation sozialer Strukturen durch die alte Kirche feststellen. Stattdessen